wenn wir gucken um ich brauche noch vier ich brauche noch sechs nur eins mal Fakt wir sind jetzt zweit und das ist so strunzöde oder ja das ist wichtig weil ich meine vor allem weil die Höhle auch so klein und wenn man den selben scheiß sie ist und das ist die noch fünf noch fünf ich bin außer Reichweite ja je nachdem müsste es ja durchsagen Ich hoffe ich. Doch, fertig. Fertig, juhu. Ich werde gleich hier. Und jetzt werden die wie Verrückten kommen. Das meistens so. Wenn die... ach so. Genau. Das war tierisch monoton auf jeden Fall. Ich glaube wir müssen irgendwann... ich glaube die da unten müssen wir auch noch irgendwie machen. Ja, da unten ist ja... das sind ja fest. Ich habe das hier mit dem Jäger gemacht. Hier ist draußen. Ja, ich habe... ach so, ja. Den Jäger? Ähm... Da gibt es ja fest nachher von Drachen und so. Wieso? Hier. Wieso wir das hier nicht haben, das ist mir auch... jetzt im Moment... Ja gut, aber wenigstens haben wir das gemacht. Sind wir das los? So, müssen wir den Schmunz hier abgeben. Ähm... Wie nicht. Hm... Wie hieß das? Wie hieß das? Wie hieß das? Ähm... Hübelger. Das Blut der Dämonen. Mhm. Der Teufelshammer. Es geht auch der Teufelshammer in die Teppel hinein. Es geht auch der Teufelshammer in die Teppel hinein. ach mein gott ist unsere ordenshalle ich glaube ja ja klar haben wir dann müssen wir nach ballern oder wir fliegen ja daran und dann darunter okay dann dollar und dafür sagt man der echte klatschen ja es sind immer irgendwelche quest die anders sind um Es wird wohl dauern, bis ich das begriffen bin. Nee. Was? Ich bin eine Etage tiefer geblieben. Landend. Und das geht? Ja, das ging irgendwie. Dann kam die Fledermaus und hat mich geholt. Was ist das? Was ist das? Er ist so bunt, dass ich nichts sehe. Ich guck auch gerade, wo die abgeholt ist. Wo ist er denn die? Vielleicht tiefer da, wo die... Ja, treppe ich hinab. Ja, ich stand auch da. Welche Treppe? Gibt's keine Treppe? Ja, hier unten ist es. Ja. Du hast dein Teufelsblut. 34 Gold. Und die nächste Quest. Ja, ich kann euch sehen. Was wollt ihr? Das wird doch halt Blutopfer und mit der Seele kann ich den dann schon so rübbeln. Blutopfer machen wir ja an dem Tiegel oder was? Achso, Blutopfer, ja, du hast das bekommen, das ist ein Questgegenstand. Okay. Komm mal rauf. Oh, Pünftchen. Champion, ich habe euch erwartet. Bin auch nicht den Verräter Altuels, Elida. Einerlei, uns wird wenig Zeit. Ich habe den treu ergebenen Akama mit der Planung unserer Kampagne gegen die Legionen beauftragt. Ihr allein kennt alle Hintergriffe. Vertraut seinem Rat, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Ihr müsst auch den Sakharin-Schlüsselstein zurückerobern, um Legionswelten einzumählen. Bringt in Erfahrung, wo die Wächterinnen ihn versteckt halten. Wir wurden entdeckt. Ich muss gehen. Ihr werdet nicht wieder auf diese Art mit mir in Kontakt treten können. Geht nach oben und nehmt euren Platz als neuen Anführer der Elidari ein. Die Elidari gehören nicht zu euch. Ich treffe euch auch. Nach oben. Nach oben, ja und... Eins, eins, eins. So, ja, da, da, da. Ja, da, da, da. Ich will den Kurs annehmen, gut. Ich will das kurz annehmen. dann hab ich sie unterbrochen sucht nach Erzmarke erlanden und dann lockt in der violetten Zitadelle in Dalaran okay das war auf der anderen Seite oder? ja ich glaub ja da haben wir nochmal eine Sperrkarte wenn man schon mal dabei ist ich glaub immer noch 5 Minuten hm hm cool ja alles gut nix violettes Zitadelle ne? mh okay hier kann man auch eine Quast annehmen ja und die musste es ja auch weitergehen letzten Endes ne? ich hab schon gar nicht gerechnet dass irgendwo so fortführende Sachen kommen ne? weil was man doch vorher so ne Scheiße machen muss mit der Festung hm hier bei der violetten Festung ist man fest jagt den lustigen Wichtel und holt das Piromoire der Arkanen herangehen weisen zurück dieser Wichtel hat den Folianten gestohlen schnappt ihn hm hm das ist ja nicht wahr ja ich muss den Scheiß Wichtel hinterher latschen oder was? ach du scheiße was ist denn? ist das oben? ich kann ich muss mich hier konzentrieren ich kann es nicht ich kann es nicht ich kann es nicht Das war's für heute. ich verstehe nicht, Ausbruchmeidung Beide genommen Oh, ja, okay. Dieser lästige Wichtel, er ist nach Südosten geflohen und dann verschwunden. Schnell, setzt eure Geistersicht ein und schaut, ob ihr ihn findet. Okay. Ich lenne euch die Knie-Scheibe weg! Scheiße. Glende des Wichtels verheiratet, mein Gott. Wo komm ich denn da hin? Ich lenne die Knie-Scheibe weg. Du ernsthaft, ich lenne schon einige Scheiße. Gucken. Oh, ich seh grad von hier da eine violettenfestung drauf ist. Ich hab den verloren, keine Ahnung wo der ist. Du musst auf die Manimap gucken, wo du als nächster sehen musst. Oh, ich hab die Chance, wie ich hier bin. Also am Ende landest du, musst du neben Karls Landeplatz Scheiße, muss man da in die Kanalisation? Nein Das ist alles oberhalb, ich weiß jetzt nicht mehr wo du gerade zuletzt warst Irgendwie finde ich das schon Ich meine, man muss auch immer lesen, an der Seite, ich habe auch gelesen, da wusste ich wo ich da als nächstes oder was ich da machen soll Du musst auch einmal deine Dämonen-Sicht einsetzen und nach vorne zu dem hinlaufen So, komm, wir gehen ab, wir gehen ab, wir gehen ab, wir gehen ab Schleckst du den jetzt, ja? Ja Warum? Weil sie mir angezeigt worden ist Weil sie mir angezeigt worden ist Scheiße Hm, wieso muss ich auch nicht schwach sein? Ich bin recht tot Dramatisch Ja Den hatte ich gestern oder vorgestern, aber da hat den irgendwer anders angegriffen, weiß ich nicht Verhuste ich Ich bin nicht 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 Und bekommen hatte ich da 7.000 EP oder so. Das ist jetzt nicht so der Burner. Ich weiß gar nicht warum der überhaupt hier ist. Okay, bin ich echt blöd oder was? Na ja, mach das erstmal fertig dann. Ja, mach ich.